Hallo, mein Name ist Clara Meier. Vor drei Jahren durfte ich im Namen der kritischen AktionärInnen auf der VW-Hauptversammlung sprechen. Heute spreche ich erneut im Namen der kritischen AktionärInnen hier vor Ort. Seitdem ist die Klimakrise drastisch vorangeschritten. Auch bei VW hat sich einiges getan, allerdings mehr in den Autos, die sie bewerben, als in Autos, die sie produzieren. Allein die PKW-Sparte von VW macht 1% der globalen Emissionen aus. Deswegen ist VW maßgeblich mitverantwortlich für die Klimakrise. Und obwohl wir schon so tief in dieser Krise stecken, betreibt VW weiter eine Privatisierung der Gewinne durch den Verkauf ihrer Autos und eine Kommunalisierung der Kosten an uns alle. Was für ein blödes Geschäftsmodell funktioniert bitte nur dann, wenn ein Großteil der wahren Kosten ignoriert und auf uns alle abgeladen wird. Wenn dann Menschen wie Ulf und ich klagen, versteckt sich VW gerne hinter den eigenen KonsumentInnen. Sie konsumieren, wir produzieren. Das Tragische ist, bis wir in Deutschland kostengünstigen, effizienten Nah- und Fernverkehr haben, sind die meisten Menschen nur mal auf ihr Auto angewiesen. Selbst, wenn das alles egal ist, muss sehen, dass sich diese Unternehmen effektiv selbst gegen die Wand fahren. Immer mehr Länder planen Zulassungsstops für Verbrenner. Wer so sehr an dieser Antriebsart festhält, hat auf dem Automarkt der Zukunft schlechte Karten. Und dann, wenn VW mit diesem Verhalten nicht nur die Klimakrise befeuert, sondern auch noch tausende Arbeitsplätze in Deutschland riskiert hat, dann werden sie einen Rettungsschirm in Form von Milliardenhöhe von den deutschen SteuerzahlerInnen verlangen. Wer jetzt noch in VW investiert, sollte sich das gut überlegen. Konzerne wie VW, die auf Kosten von uns allen ihr dreckiges Geschäftsmodell durchführen, während sie im Fernsehen von Nachhaltigkeit reden, riskieren unser Recht auf Zukunft, unser Recht auf Klimaschutz. Deswegen klagen wir.